Guten Morgen aus Mainz an diesen 20. September. Pflasterstein fliegt auf Mainzer Kita, weniger arbeiten für mehr Geld bei Schott und Demos für bessere Bildung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein fliegender Pflasterstein, der mitten auf einem Spielplatz einschlägt, für Eltern ist das ein absolutes Horrorszenario. Am frühen Sonntagabend ist aber genau das auf dem Spielplatz in der Mainzer Münsterstraße geschehen. Laut der hinzugeufenen Polizei war der Stein zunächst an einem Baum abgeprallt und von dort ohne Gefahr für Kinder oder Eltern auf dem Boden aufgekommen. Verletzt wurde also niemand. Doch die Sorge der Anwohner ist groß, dass es sich möglicherweise um einen beabsichtigten Wurf von einem der benachbarten Hochhäuser handeln könnte. Einen konkreten Hinweis auf eine Straftat gibt es aber nicht. Weitere Ermittlungen sind daher nicht vorgesehen. Der Mainzer Spezialist für Hightech-Glas Schott hatte, wie in der Firma zu hören war, bislang im Wettbewerb um Fachkräfte einen Nachteil. Während im Flächentarif der Glasindustrie oder der Chemie eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden gilt, wird bei Schott gemäß dem Haustarifvertrag 40 Stunden die Woche gearbeitet. Doch damit ist bald Schluss. Management und Arbeitnehmervertreter haben sich auf einen neuen Manteltarifvertrag mit reduzierten Arbeitszeiten geeinigt. Auch gibt es künftig mehr Geld, vor allem für die Schichtarbeiter. Die Neuerungen greifen zum 1. April 2024 und gelten für deutschlandweit mehr als 6.500 Mitarbeiter. Am Firmensitz in Mainz arbeiten rund 3.000 Beschäftigte. Konkret wird die Arbeitszeit der tariflichen Beschäftigten in der Woche um 2,5 auf 37,5 Stunden reduziert, bei vollem Lohnausgleich. Gleichzeitig werden neue Zuschläge für die Schichtarbeiter eingeführt und bereits bestehende kräftig erhöht. Ein lang gehegter Wunsch der Belegschaft und des Betriebsrats sei in Erfüllung gegangen, jetzt sei man als Arbeitgeber attraktiver, heißt es im Unternehmen. Warum gab es beim Alzheimer-Winzer-Fest 2023 kein Riesenrad, obwohl es auf dem Werbeplakat zu sehen war? Die Verantwortlichen erklären, dass die Standorte der Fahrgeschäfte im Zweijahresrhythmus festgelegt sind und das Riesenrad im nächsten Jahr zurückkehren wird. Die Plakate wurden bereits im Sommer neu gestaltet, bevor diese Entscheidung getroffen wurde. Die Wahl, das Riesenrad auf dem Plakat zu belassen, führte zur Verwirrung in der Bevölkerung, da es in diesem Jahr nicht auf dem Festplatz stand. Die Verantwortlichen verteidigen diese Entscheidung, da das Riesenrad ein markantes Symbol für Volksfeste ist. Es wird sogar überlegt, das Riesenrad jedes Jahr zum Winzerfest zu bringen, was die Besucher erfreuen würde und die Möglichkeit bieten würde, eine Riesenradweinprobe anzubieten. Trotz der Diskussion hat das Plakatmotiv die Aufmerksamkeit auf das Winzerfest gelenkt und Gespräche ausgelöst. In fünf hessischen Städten wird an diesem Mittwoch für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu Protesten in Frankfurt, Kassel, Gießen, Fulda und Darmstadt aufgerufen. Sie alle sollen am Nachmittag stattfinden, damit möglichst viele Schüler, Lehrer und Eltern sowie weitere Unterstützer teilnehmen können. Auch am Samstag wird demonstriert, unter anderem in Mainz. Mit den Aktionen wollen die GEW und weitere Initiativen zweieinhalb Wochen vor der hessischen Landtagswahl ein Signal an die Politik senden. Das Thema Bildung müsse in der nächsten Legislaturperiode neu ausgerichtet werden. Der Protesttag richtet sich unter anderem gegen den laut GEW herrschenden Lehrkräftemangel an den Schulen, gegen Unterrichtsausfall und Fachkräftemangel auch in Kitas. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den rechtsextremistischen Verein Hammerskinds Deutschland sowie weitere Ableger der Gruppe verboten. Rund 700 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstag die Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern in zehn Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz und Hessen. Dabei wurden Dolche, eine Granate, weitere Waffen und Hakenkreuzfahnen gefunden. Die Vereinigungen agieren laut Innenministerium gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Das Verbot ist laut Faeser ein klares Signal gegen Rassismus und Antisemitismus und ein harter Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus. Dieser sei noch immer die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de